Kleiner Muli, Max, machen wir jetzt Fressfress? Soll dein liebes Fraul jetzt Such-Such machen? Wo ist denn unser Fressfress, mein kleiner Prinz? Wo ist denn unser Fressfress? Ja, jetzt kriegst du dein Filetchen, mein kleiner, verwöhnter Prinz. Wer mag denn das sein? Meine Frau? Ja, bitte, Frederic. Darf ich stören? Guten Tag, da sind wir. Seien Sie vorsichtig. Was ist? Entschuldigung. Komm, passen Sie doch auf! Henne. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Hubert Henne, wir haben heute 19. Sie sind der Teppichverleger, nicht wahr? Ach, Sie sind aber pünktlich. Na, mein kleiner Muli, Max, dann machst du jetzt schön Fresschen. Mach du schön Fresschen, Muli, Max. Hubert Henne legt seine Eier immer pünktlich und präzise. Bitte? Kleiner Scherz von mir. Wo wollen wir uns denn hinlegen, Herr Frau? Also, ich muss doch bitten. Ich meine doch teppisch-technische Seh. Ich habe das ganze Schlafzimmer extra für Sie ausräumen lassen. Wenn Sie... Geh, passen Sie doch auf, Mann! Entschuldigung, Herr Frau. Kommen Sie bitte. Hier. Herr Mann! Wenn Sie irgendetwas brauchen, lassen Sie es mich bitte wissen, ja? Entschuldigung, Herr Frau. Entschuldigung, Herr Frau. Ach, ist alles schön glatt. Das gefällt mir gut. Ich meine es hier heute nicht. Nein. Ach, du Scheiße. Was habe ich meine es hier heute nicht eingegraben? Ah, ich bin also wieder aufgerissen, hab ich seit Mittag. Was mache ich denn da? Ne? Wozu hat Hubert Henne seinen Hammer? Schön gelandet, nett. Gehen, Mensch? Herr Hahn, Sie haben Ihre Zigaretten im Salon verloren. Sagen Sie, haben Sie vielleicht mal einen kleinen Hund gesehen? Nein. Nein. Vielen Dank.